Und das ist dein Fiat 500, dein Hauptgewinner. Ja, so sieht das aus, wenn ein Kunde live ein Auto, ein Hauptraumauto hier in Waltersdorf bei Uwe Höfner gewinnt. Es ist der Fiat 500 C im Wert von ca. 19.000 Euro. Was soll ich sagen? Ich kann nichts sagen. Das sind wirklich die Worte. Ich kann das Auto richtig gut geworfen. Da sind wir, unser Gewinner.